Als Tierärztin möchte ich für jedes Tier das Beste machen. Das Beste für ein Tier ist aber manchmal auch das Tier einzuschläfen, um Leiden zu vermeiden. Mit der Annahme dieser Initiative mache ich mich aber strafbar, wenn ich ein Tier einschläfe, weil dann verletze ich das Recht auf Leben. Hand herum mache ich mich aber auch strafbar, wenn ich ein Tier leiden und es eben nicht einschläfe, weil das ist gegen das Tierschutzgesetz und eigentlich auch gegen mein Gewissen. Darum bin ich gegen die Initiative. Frau, ich habe meinen Sie weg Cruise mit dir. Ich fühle mich ab, die хочу in derzenten Ingenieursbiratinnen. Green assistir zu meinem Menschengericht riesig zu sehen. Ich würde bestimmten Ihren Menschenmatz besser rauf um bekannteh Reverend i的人. dass wir zur Zity in dieser Form der Untertitelung seruiert wurden.